Hallo, du bist Content Creator und möchtest anfangen, auch Shorts oder TikToks zu erstellen? Dann bist du hier genau richtig, denn ich habe für dich quasi das essentielle und wichtigste Gadget von allen für dich vorbereitet. Und zwar, ich habe hier das Ulan Siphon Tripod Mount. Und dieser Tripod Mount ist super praktisch. Ich zeige dir mal hier kurz. Denn diesen kann man einfach in einen Blitzschuh integrieren und auf den Blitzschuh dann ein Handy platzieren. Das ist super, 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 super gut. Weil meistens, wenn ihr ein langes Video dreht, ist es natürlich wie gewohnt horizontal. Aber, wenn man jetzt noch zum Beispiel ein Handy hochkant auf der Kamera stecken hat, zeige ich euch mal kurz. Wenn ihr dann parallel noch ein Handy hochkant auf eurer Kamera habt, könnt ihr sowohl horizontal als auch vertikal filmen. So könnt ihr in kürzester Zeit zwei Videos auf einmal aufnehmen und so wird das Filmen von Short Videos gar keine Sonderbelastung, sondern ist super einfach in den Workflow integrierbar. Und das Schöne an diesem kleinen Gadget ist, man kann es auch immer noch drehen, wenn man es einfach zweimal horizontal filmen möchte. Ich hoffe, euch hat dieses Gadget gefallen und ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.